drei teile von gewehr ich habe das gewehr gefunden hier ich brauche nur noch ein lager dann kann ich bin die werbung da ist man nicht brauche ich aber jetzt gar nicht mehr es gibt es bestimmt so viel zu entdecken ich weiß auch nicht so aus und groß so noch ein bisschen munition gepackt da sind mal pfeile ja war ja klar auf sie mit gebrüll und wirklich ja komm wow wir hatten stehre Kommen die noch mit Dynamit an, Alter. Na komm. Alter. Nein! 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 Ja, nein! Okay, aus dem Raum! Wir kriegen sie! Stai an uns! Stai an uns! Stai an der Seite an! Du herr, Ski! Das ist der Gott! Ja, komm! Ja, komm! Das ist der Gott! Alter, nö. Ey, wie viel sind denn das denn, bitteschön? Das ist aber richtig böse. Hier ist nur ein Mädchen. Das Mädchen macht uns hier gerade fertig. Immer drauf, sie kann uns weg. Wir blicken sie. Alter, was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Ah. Okay, auf, nur los. Wir gehen. Seid, da ist der Schatz. Seid, da ist der Schatz. Seid, da ist der Schatz. Greif, Kondos, seid ihr. Hälter, Wunder! Runter, runter! Bring uns an, oben! Ich schieß nicht von der Flüge! Gurell! Verdammt, nein! Scheiße! Kleiner Essiger Drecksache! Erstmal sammeln hier, was das Zeug hält, Alter. Das bringt Stuff, Leute. Das ist echt Stuff ohne Ende. Was raubt hier? Oder immer doch. Da liegt noch eine Leiche. Ja, so ist das. So, da wollen wir mal wieder das Tor hochlassen, wahr? Ah, komm schon, Lehrer, ein bisschen Kraft. Wieso geht das nicht? Dann wird's halt weggebrannt. So, jetzt können wir. Oh, komm schon. Oh, Lagerfeuer. Ich krieg' nen Kranz. Oh, ist das awesome. Sturmgewehr, Waffen-Modifizieren, Maschinengewehr zu Sturmgewehr. Yeah. Sturmgewehr. Fähigkeitspunkt 1. Wo wollen wir denn jetzt machen? Hm, der ist Hammer, das Hammer. Axt-Experte versetzen sie Feind mit ihrem Erkletter-Axt, ein tödlicher Nied. Haben wir das nicht schon? Ah, ne, das mit dem Ausweichkonto hatten. Ausweich-Killmeister. Machen wir doch. Drücken sie Y-Bedeuteten Feind mit Axt, den Rest zu geben. Geil. So, jetzt ist, jetzt ist Lehrer und Killer-Machine. Und wir können richtig fett ausbauen. So, was wollen wir denn? Guck mal erstmal hier. Uh, das ist sogar wirklich ne AK jetzt. Äh, ein Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Oh ja, auf jeden Fall. So, Schalldämpfer. Ne, ne, Rücklauf, irgendwas. Was, das war schon mit den Punkten? Ja, war's wirklich. Loll! Jetzt guck ich jetzt mal, wie viel Zeit uns noch bleibt. Oh, halt bestimmt schon. Was ist los? Ist das da ein Riesentank? Ne, ist das nicht. Aber hier können wir nicht lang. Uh, FPS Einbrüche. So, hier ist schon mal ein bisschen Bergungsgut. Brennen die eigentlich? Nee, brennt nicht. Aber hier können wir lang. Boah. Dafür seucht das Wasser. Das ist sehr appetitlich. Was? Ab hoch mit dir, Lara. Lara! Du hast gedacht! Lara! Du hast kein Spiel aus dem... Keine Chance, ihr Schwein! Keine Chance, ihr Schwein. Ein Rücken von auft Ф disciple. An Gonz biri. Ist das ein R destined counなんです? Láo! 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 Lawa! Láo! 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 Alter, wie viel? Wow Ja, du bist nicht der einzigste Spass mit der Axt Oh, schön Schädel gezogen Wow, 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 wow Wow, 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 wow Alter, was ist das? Gibt es da überhaupt mal ein Ende? Okay, das ist ein schöner Speicherpunkt Schön Schädel gezogen Finish him, Alter Oh Mann, der darf die Du willst mich verarschen? Jetzt stirbst du Echt, wirklich freies Schussfeld? Ja, genau Oh Komm schon Lara, hoch mit dir. Wie krallen wir uns jetzt da? Lara, du lebst noch! Gerade so! Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt! Aber ich weiß wo! Komm rauf, dann holen wir sie da raus! Von hier aus komme ich nicht rauf! Verdammt! Aber die haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung! Vielleicht kommt sie ja damit über die andere Seite! Boah, was ein geiler Umweg! Okay! Schon unterwegs! Aber was war denn jetzt bitteschön? Ich bin da rüber auf die andere Seite, ja? So hoch mit dir erstmal! Die sind ja alle schön verkugelt hier, ne? So! Aber alle verkugelt, ne? Waffenmotifizierung verfügbar! Verbessern sie ja ja, kennen wir ja schon! Ah! Da war das Ding mit der Sirene, Alter! Wir müssen jetzt da hin! Gut! Dann wäre das ja auch schon mal geritzt mit dem Rätsel, ja? Also was heißt Rätsel, aber ihr wisst schon was ich meine! Erstmal Pfeiler aufsammeln! Gucken! Dann! 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 Dann!